nein was geht youtube herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal scorpion place leute ich werde mir heute anschauen wer der wirklich beste fortnite spieler der welt ist und zwar gucke ich mir ninja versus myth das sind so ziemlich die bekanntesten beiden pc fortnite gamer überhaupt die sind auch als die besten spieler bekannt werde ich mir anschauen und danach werde ich entscheiden wer für mich die cooleren place hat da werde ich mir einfach so ein cooles video anschauen hier im übrigen ich finde das erinnert mich alles sehr ein bisschen an dsdsu muss ich sagen von damals also auf gameplays reagieren habe ich ja schon vor einem jahr gemacht ich finde es macht mir spaß bei fortnite weil ich glaube es kann man sich auch ein bisschen besser anschauen als wenn ich selber spiele zurzeit noch mal sehen wie das in ein paar monaten sein wird erstmal auf euch ein schluck kaffee ich habe mir schon so viele sachen vom ninja angeschaut der typ ist so eine maschine das ist nicht mehr normal myth kann ich noch gar nicht ich würde sagen wir ziehen uns das video ziel gemeinsam rein und am ende entscheiden wir dann zusammen let's go double pump ist easy oder alles klar digga alter was willst du mich ficken willst du mich komplett ficken was war das gerade ich weiß nicht mal wie man so schnell reagieren kann sehr balanced sehr balanced ja der typ ist krank ok weiter geht es das myth anscheinend ok super mal was der macht er hat sich hier eine base gebaut vorstimmung seiner mutters ehre mein gott alter allein dass ich so schnell so schnell bauen könnte ich nicht weil wenn es um mein leben geht er baut ne tür er baut ne treppe er baut noch mehr treppen es gibt er ihn oder er ist ziemlich weak geworden durch die situation gerade kommt er hoch 1 2 natürlich wie viele sind es ja 3 leute wie wie wir wir die auch snap ne er snap die richtig und das ganze ohne snapchat ja das ganze squad geholt juckt ihr nicht guck mal wie er sich guck mal guck ihn dir an guck mal wie er sich geil fühlt aber ich gönne es ihm alter er hat verdient er hat die absolut genommen ei 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 und das das geilste ist das macht jeder nach einem geilen play wenn das stimmt achte auf seinen blick das mache ich ja auch so guck wie er in den chat drüber guckt guck wie er in den chat drüber guckt okay jetzt wird ninja hier weggerocket fliegt da los mit der pistole natürlich wenn schon denn schon oh mein gott wie er sich gesaved hat die beiden hatten keine chance er baut sich wieder das zweite empire state building mit jump head innerhalb von einer halben sekunde was macht er jetzt ist er abgehauen oder was jetzt braucht er sich natürlich eine neue base heilt sich ach er hat ein hp oh mein gott hat ein hp mein gott als ob er das überlebt mit einem hp oh mein gott er hat es überlebt alter ja da war einfach ein typ in seinem discord in der zeit na als ob die zone hat ihn gekillt nein er hat sich wollte sich gerade feiern die zone killt den ich glaub es nicht immer wieder revolver action oh jetzt 1 hp 1 hp haben wir wieder wie lustig er guckt natürlich holt er die situation natürlich ja das noch einer alter ein hp man das geht doch gar nicht alter nein das gibt nein das geht nicht das geht nicht wie geht das wie geht das man das war so geil und gilett steht oben rechts geht es gerade nicht welche geräte da verteilt gold ist gar natürlich gesneakt er hat wieder in chat gekuckt am ende er liebt es dann auch alter hat eine range für eine pistole nein nein oder das hat er nicht gemacht das hat er jetzt nicht gemacht nein oder nein ich kannte das nicht was das irgendwie nein das muss ich nochmal gucken alter nein alter leute nee nee tränen in den auge leute weil ich nicht glauben kann warte mal eben das gibt es nicht das gibt es nicht leute was oh mein gott digger nein dass wir jetzt eine ankündigung macht was ist das eine ankündigung macht und es klappt jetzt auch noch nein 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 2 Da geht's. Call it. You know what it is, baby. Okay. Manchmal schwer zu sagen, weil man mich jetzt sympathisch findet und nicht so. Aber ich, weil man halt nur Videos sieht. Aber ich würde sagen, Myth kommt mir schon sehr sympathisch rüber. Ich würde es vielleicht nicht sagen, sympathischer als Ninja, aber vielleicht ein paar Prozent. Nein, Digga. Nein. Ich wüsste nicht mehr, wie man ein Fenster baut. Er snipet ihn da durch. Komm, gib ihm den Noscope. Man kann so eine Dreiecksform bauen? Mann, ich wusste es nicht. Nein, nein, nein. Nein. Oh! No way! What? 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 Er gibt ihm wirklich den Trickshot. Er gibt ihm den fucking Trickshot. Nein, Digga. Wie geil das spielt, Mann. Wie geil das spielt, Mann. Er kommentiert sich quasi selbst live wie so ein E-Sports Kommentator. Wie geil ist das denn? Das muss ich nochmal gucken. Das war ja echt gerade mega. Nein, Digga. Nein, Digga. Nein. 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 Das gibt es nicht. Was für eine Maschine, Mann. Holy Shit, das ist ja nicht mehr lustig. Schickt im Übrigen gerne, das wollte ich noch sagen, schreibt gerne Gameplays oder so in die Kommentare. kann COD und Fortnite sein, auf die ich mal reagieren soll. Also macht das gerne, würde ich mich drüber freuen. Da habe ich immer was zum reagieren und ja, weiter geht's. Das Geile ist, ich bin auch so neun in Fortnite, ich kenne das halt alles nicht. Deswegen kann ich wirklich legit drauf reagieren. Guck mal wie er ihn baut, er baut, er baut, er baut! Die beiden bauen sich da gerade einfach so ein riesen Gebäude zusammen, Alter. Ich würde es so gerne von unten sehen. Wie beide aber auch durchdrehen. Krass, dass er mal nur zwei Kills hat in einer Runde. Das geht ja eigentlich gar nicht. Nicht! Ach die beiden haben gegeneinander gespielt, ach so. Okay, dann verstehe ich. Alter was hat er für ein Aim, Mann. Ist ja nicht mehr lustig. Nein. Alter. Oh mein Gott. Let's fucking go! Let's go! I fucking sniped him! One hit with a range pump! Let's fucking go! Oh shit! Oh mein Gott! Mit seinen Hausschuhen alter bester Mann. Guck mal was ist das man? Warum kenn ich das nicht? Alter was man alles bauen kann. Was ist das für ein Baumeister der Typ? Also Myth baut echt mega krass ne. Wahrscheinlich nicht nur ein Fortnite. Ja. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Guckt ihn. Mann ey. Geil. Oh mein Gott Digga. Er war so gut wie tot eigentlich. Ich liebe die Color Correction von Indra. 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 8 9 14